Hey Leute, wir spielen heute mal Painful Shits. Das ist ein Roblox-Spiel. Hey, wie gut die alle sind. Was ist das? Heute habe ich mein Intro nicht benutzt. Ich hoffe, euch hört das nicht. Wenn ich ein einziges Mal mein Intro benutze. Also, ich werde auch bald mal Livestreams machen und so weiter, wenn ihr mich mögt. So. Ja, ihr kilt. So. Fuck. Oh mein Gott, ich bin noch im Game. Shit. Oh Mann, Leute. Was für Paul Berger? Was? Ich will, wie gut die alle sind. Ich grüße Olli, Wattu und sonst keinem. Wer im Schmutz und neu mein Kanal ist. Bitte abonnieren und like da lassen. Wir mussten jetzt mal warten. Wir mussten jetzt mal warten. Ja, Spawn. Ich bin Team Rot diesmal. Ich liebe eigentlich Team Rot, aber ich bin Blau ein bisschen mehr. Ich bin ja. Shit, Leute. Fuck. Fuck. Wenn ihr mal wollt, dass ich etwas verlose, schreibt es in die Kommentare. Ich empfehle euch, um die Schwurblocks herunterzuladen. Und das kann man nicht in der dritten Perspektive spielen. Nur in der First Person kann man das spielen. Nein! Egal. Viel Spaß in das Spiel. Fuck, ist ja gut. Leute, ich bin auch nicht schlecht. Die Gegner hacken. Spaß, die Gegner hacken. Ja, wir haben gewonnen. Alles klar, Leute. Wir haben gewonnen. Also ein Like da lassen. Lol. Lol. Wenn ihr meine Videos feiert. Oh mein Gott, oh mein. Ey, diese Schwanze. Komm, komm. Die Zeit fällt, Sandy. Ja, eins getötet. Oh mein Gott. Ey, seht ihr, wie häcker die sind? Ja, noch einen getötet. Guck, jetzt seht ihr mal, wie häcker die sind. Ja, noch einen getötet. Ja, noch einen getötet. Fit. Ja. Die gewinnen. Oh mein Gott. Sie macht ab. Tack, tack, tack. Ja, gut. Ja. Nein. Ich bin viel dran. Leute. Und dann würde ich mal sagen, tschüss, Leute.